Liebe SAFE-Community, wir sind schon mitten in den Vorbereitungen zum Swiss Economic Forum vom Juni 2024 und wir lassen heute die Katze aus dem Sack. SAFE-Motto für dieses Jahr heisst «When the going gets tough». Das Motto widerspiegelt die anspruchsvollen Zeiten, in denen wir uns alle bewegen. Und wir möchten gerne ein paar Fragen in diesem Zusammenhang am SAFE beantworten. Wie führt man ein Unternehmen in diesen anspruchsvollen Zeiten und mit diesen anspruchsvollen Herausforderungen? Wie macht man langfristig Politik, wenn jedes Jahr eine neue Krise dazukommt? Und wie sieht es aus mit unserer Stammfestigkeit, mit unserer Entschlossenheit, wenn es darum geht, all diese Themen und Probleme zu lösen? Wir sind gespannt auf kontroverse, aber vor allem auch lösungsorientierte Diskussionen zwischen der Wirtschaft, der Politik und der Wissenschaft, um gemeinsam unsere Schweiz vorwärts zu bringen. Unser Team freut sich ganz herzlich, Sie am 6. und 7. Juni in Interlaken willkommen zu heissen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017